Jetzt sind sie hier, die Mozart-Experten, auch auf dem roten Teppich. Gehört Mozart noch auf den roten Teppich? Gehört Mozart noch auf den roten Teppich? Oh, ich glaube, Mozart passt immer. Der hätte Spaß auf dem roten Teppich. Ganz bestimmt. Und das ist ein Und das ist ein Und das ist ein